Okay, let's go, let's go, let's go. Oh, er pfeuert sich in die Mitte. Ich will das sehen. Ja, ja. Er checkt's nicht. Oh nein, er ist, äh, ja, er ist, äh. Du musst gleich nicht mehr. Hä? Ja, versuch's einfach. Oder willst du andere? Warte. Nein, da ist einer aber nur. Und da ist auch einer. Ach, du bist schon am rasieren. Hä? Ach, du bist da oben. Ich hab dich gerade mit deinen Items gesehen. Du hast gerade Holz in der Hand. Es ist so mies. Es ist so mies. Es ist so mies. Nein, nein. Ja, ja. Hallo und herzlich willkommen, wenn ihr seid. Mein Name ist auf jeden Fall wieder mal nur. Und ja, heute gibt's ein ganz besonderes Video auf meinem Kanal. Denn, Jungs, ich hab heute mit einem Freund, also, Rufiger ist, äh, da, da oben verlinkt. Nee, da, da ist da oben verlinkt. Ja, mit dem hab ich eine Runde gespielt. Sky Wars mit dem Geist-Kit und dem Sensen-Man-Kit. Das war auf jeden Fall ganz lustig, da die Combo extrem witzig ist. Man konnte die die ganze Zeit runternocken und so. Naja, ich will euch nicht spoilern. Und ja, guckt euch das Video an. Ich wollte mich nochmal bedanken für die fast 20 Abonnenten, die wir gestern dazu gemacht haben. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 79, wenn ich mich nicht recht erinnere. War auf jeden Fall echt cool. Und ich bedanke mich nochmal an dem Support, Jungs. Und ja, jetzt geht's wirklich los. Äh, bringen wir den einen, äh, vielleicht den einen Trank auf jeden Fall wieder mit. Drei, zwei, eins. Trinken. Droppen. Und den da hinten, den da hinten, den da hinten. Ich dropp ihn, ich dropp ihn, ich dropp ihn. Nein, ich hab's nicht geschafft. Doch, ich hab's geschafft. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Also. Ich hab ihn, also. Okay, die anderen kommen. Ich hab Eier. Nein. Äh, der ist hier, der ist hier, der ist hier. Kannst du droppen? Ja. Ich hab ihn. Ich hab andere. Ich hab andere. Ich hab andere. Ich hab beide in der Mitte. Ich hab, Alter, ich hab so viele auch gejobbt. Nice, nice, nice. Ich hab auch meinen Mund hier. Alter, was geht denn am Chat ab? Schau mal in den Chat. Bro, was ist das denn? Ich treff sie nicht. Ach, ich bin wieder sichtbar. Scheiße. Sie kommen, ich hab Eier, ich hab Eier. Lass einfach trotzdem ein kämpfen. Nein, 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 nimm, 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 nimm die Errüstung. Wo, wo, wo? Hast du keine, die ihr da gemacht? Nö. Lass einfach angreifen, komm, komm, komm. Alter, nice. Ah, wir sind ja übel schnell. Ach, du hast uns wahrscheinlich beide gespeedet, oder? Nein! Ich hab halt keine Schuhe, Mann. Soll ich probieren, mich da rüber zu perlen? Soll ich mich da rüber zu perlen? Ich hab halt übelst krasses Quip. Ich kann die locken, oder so. Aber die werden halt... Nee, eigentlich kann ich die nicht locken. Hier ist noch ein Diabod. Eigentlich ein saugutes Quip. Darf nur nicht runter droppen, bitte. Da habe ich kein Ender Pearl. Der da hinten ist halt so low. Die sind halt alle nur auf ihren Startinsel. Was haben die denn verprobt? Guck mal, siehst du die Typen da hinten auf der Startinsel? Wo? Welche? Ja, ja, ich hab dich gerade die Flasche doppen sehen. Fickst du die jetzt? Riskant, aber du kannst es schaffen. Du hast doch so eine Axt, du denkst du uns doch übelst weit. Hä? Bist du da? Ja, einen hast du gedoppt, der andere kommt. Ich droppe den Wenden. Schaffst du ihn? Ja, nice, nice, nice. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich waste jetzt ein paar Dinger. Nee, ich waste sie da nicht. Perfekt, 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 perfekt. Die andere Flasche nicht auch noch? Ja, natürlich, natürlich. Perfekt. Ich lock die. Dieter muss halt, wenn ich... Siehst du die, siehst du die erst. Oh mein Gott, was? Fick ihn, fick ihn. Entweder du fickst ihn oder du bist ein Noob. Ja. Was? Nice try. Hey, klar. Sie kann mich hitten, Alter. Ich stirb doch bitte. Ja, klar. Es ist so unfair. Es ist so fucking unfair. Es ist so... Alter, komm mal. Hey, unsere Runde. Hier, warte. Ich bin einfach dein Carrier. Hier, hinter dir ist ein Enderpearl. Die beiden Tränke und let's go. Zehn Sekunden. Mach dich schon mal bereit. Äh, 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 den Trank musst du trinken, nicht den Slot frei haben. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. I'm not retarded. Doch, eigentlich schon. Okay, let's go, let's go, let's go. Oh, er folgt sich in die Mitte. Ich will das sehen. Ja, ja. Er checkst nicht. Du musst... Oh nein, er ist, äh, ja, er ist, äh... Du musst gleich nicht mehr... Hä? Ich hab noch eine Enderperle. Ich weiß nicht, ob du mir die gerade gegeben hast. Ja. Okay, let's go, let's go, let's go. Oder willst du die da oben? Ja, versuch's einfach. Oder willst du andere? Warte. Nein, da ist einer aber nur. Und da ist auch einer. Mir egal. Ach, du bist schon am Rasieren. Bist du auf der Insel da? Ja? Ja, ja. Hä? Ach, du bist da oben. Ich hab dich gerade mit deinen Items gesehen. Du hast gerade Holz in der Hand. Es ist so mies. Es ist so mies. Es ist so mies. Nein, nein. Ja! Hier kommt einer. Nein, komm, stell zu mir. Nimm doch einfach dein Stuff, dass ich dir da hingepackt habe. Ach, das war der Stuff? Ja. Ähm, äh, ja, der kommt, der kommt, der kommt jeden Moment, der kommt jeden Moment bald. Ich versuch's hier noch ein bisschen abzulenken. Ja, er kommt, der kommt. Ja, ich bin tot, ich bin tot. Ich versuch's hin. Er ist down. Danke, Alter, ich hab mich gehealt, Junge. Das ist krank. Lass mich sprengen, ich hab TNT. Ich auch. Äh, halt dich noch kurz auf. Ja, place alles, place alles. Ich zünde von hier oben. Du musst dann halt weg, ne? Drei, zwei, eins. Bro, willst du mich verarschen? Ich hab's verkackt. Oh mein Gott. Wir sind da unten, die da unten. Ich kann doch mal ein bisschen was runterlassen. Ja, schmeiß alles runter, was geht. Kann irgendwie nicht alles auf einmal zünden. Ja, mehr geht nicht. Mehr Power geht nicht. Ja, ich würde sagen rein, oder? Wir müssen jetzt rein. Och, ich bin richtig low. Ich war richtig dumm. Oh mein Gott. Ich hab zwei Herzen, ich hab zwei Herzen. Warte, 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 warte. Ich brauch irgendwas zum Essen. Ich brauch irgendwas zum Essen. Der kommt hoch, der kommt hoch. Ich hab kein Essen. Chill, 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 chill. Ich schmeiß den da mit den Dings runter. Ich hab alles, der kommt hier nicht hoch. Ey, es ist halt einer gerade nur, ne? Weißt du, was ich mein? Nein! Falls dir das Video gefallen, kannst du natürlich gerne eine positive Bewertung dalassen. Falls du noch kein neuer Abonnent bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, was natürlich direkt morgen erscheint wegen Daily Uploads. Und ja, dann tschüss.